Musik Vielleicht sind andere Menschen schuld daran, dass du dich an dem Ort, in der Situation, in der Position befindest, in der du gerade bist. Vielleicht in deiner Kindheit, aus deiner Familie, deiner Eltern, in der Schulzeit, Beziehungen, am Arbeitsplatz. Irgendwelche Menschen, die schuldig an dir geworden sind und die dich in die Position gebracht haben, an den Ort, wo du gerade bist. Aber weißt du was? Du allein bist dafür verantwortlich, ob du an dem Ort bleibst oder nicht. Ob du dich aus dieser Position, dieser Situation, in die du hineingekommen bist, herausbewegst oder nicht. Schau, als du von Neuem geboren wurdest, als du Jesus angenommen hast, hast du die Ressourcen eines neuen Lebens bekommen. Und Gott sagt, ich habe für dich ein verheißenes Land und da kannst du dich hineinbewegen. Bleib nicht in deinem persönlichen Ägypten hocken, wenn du die Möglichkeit hast, in dein verheißenes Land zu gehen. Mach dich auf den Weg. Sei aktiv. Du bist verantwortlich, ob du in diesem System von Gefangenschaft, von Niederlage, der Position, wo du dich jetzt befindest, diesem Ort wegbewegst oder nicht. Daran ist niemand sonst schuld. Das ist deine ureigene Entscheidung. Vielleicht denkst du, naja, ich warte darauf, dass Gott irgendwas tut. Aber weißt du was? Gott wartet darauf, dass du aktiv wirst, dass du was tust, dass du anfängst, die Verheißung der Bibel zu nehmen und dich aus dieser schwierigen Situation, in der du dich befindest, herauszubewegen. Und so wie du aktiv wirst, wird er an deiner Seite stehen und wird dir helfen. In der Bibel finden wir eine ganze Fülle von Beispielen darüber. Beispielsweise die Geschichte, die wir in 1. Samuel 14 finden von Jonathan und seinem Waffenträger. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast. König Saul saß mit seinen Soldaten unterm Baum und der Feind war mitten im Land. Es war Bedrängnis, es war schwierig, es war eine ganz komische Situation und das schwelte so. Und dieser Zustand hielt sich und hielt sich und es veränderte sich nichts. Und irgendwann hat er dieser Jonathan einfach die Nase voll und hat gesagt, gerade schickt's. Ich fang an und mach etwas. Vielleicht ist der Herr mit mir. Vielleicht passiert was. Vielleicht kommen wir aus dieser elenden Situation raus. Und er geht einfach los, fängt von sich aus an, den Feind zu attackieren und es kommt zu einem gewaltigen, gewaltigen Sieg. Wenige Kapitel später, in 1. Samuel 17, findest du die super bekannte Geschichte von David und Goliath. Die gleiche Situation. Das Volk, also die Soldaten sind eingeschüchtert, sind verängstigt, hocken da und es heißt, dass der Feind in Form von Goliath 40 Tage lang das Volk verspottet hat und Gott gelästert hat und es einfach diese komische, schwelende, unklare Situation gab. Und die Soldaten waren verängstigt und eingeschüchtert und es passiert überhaupt nichts. Dann kommt David daher, schaut sich das an, sagt, ja was ist denn hier los? Und er fängt einfach an mit im Grunde genommen nichts vor seiner Hand hat und geht los gegen den Feind und der Herr ist mit ihm. Und es kommt zu einem gewaltigen Sieg für das Reich Gottes. Verstehst du, man muss losgehen im Vertrauen auf Gott. Man muss einfach anfangen in das hineinzugehen, was Gott verheißen hat. Man muss aktiv die Verheißungen in Anspruch nehmen. Viele Christen sitzen und warten, dass was passiert und Gott irgendwas tut, während sie sitzen. So geht das nicht. Die müssen aktiv sein und wenn sie aktiv sind, dann geschieht das, was nur der Herr tun kann. Dann passiert das Übernatürliche, was er uns schenken will in unserem Leben. In dem Sinne möchte ich dich einladen, dass du nicht denkst, oh Herr, ich warte auf dich, tu was, sondern dass du verstehst, der Herr wartet auf dich, dass du etwas tust und dass du aus dieser Situation, in der du vielleicht schon lange drin bist, dich herausbewegst. Ich glaube, dass der Herr wirklich an deiner Seite Wunder wirken möchte und dich dort hinausführt in ein wirkliches verheißenes Land. Ich glaube, Gott hat mehr für dich. Ich glaube, Gott. Ich weiß, Gott. Ich weiß, Gott. Ich glaube, Gott. Ich glaube, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020